hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mit zwei leuten und zwar erst mal stellen wir vor marie xo und naja die kennen wir schon fluss apollo 44 superjungen 100 wir sind auf dem rewind side server und wollen eine runde sg team zocken mal gucken ob es halbwegs funktioniert denn testaufnahme war gerade so ein bisschen ja genau so ein bisschen kackiges sagen wir mal aber wir probieren es einfach wir nehmen es jetzt einfach auf scheiße jahr wird hochgeladen hoffentlich klappt das halbwegs so jetzt warten eigentlich nur dass die runde startet nicht wundern marie spricht gerade nicht aber kevin quatscht richtig kann ich jetzt und ansprechen also wie gesagt die kevin scherz sagte wir haben einen ama 3 server black armee aktuell waren es 30 plätze wieder darauf haben server befindet sich auch noch im aufbau es ist man nicht hundertprozentig fertig für die leute die darauf kommen wollen wie sagt nicht wundern ist halt noch nicht fertig ist in arbeit ja und in dem zuge kann ich eigentlich auch mal eine kleine umfrage starten und zwar was ihr als zuschauer sie euch so mehr wünschen würde also was für spiele ich mehr spielen soll wo ihr sagtet wird guckt ihr euch lieber es an es sind um sie wenn dann ich mir um sie folgen machen vor es ist jetzt aufnahmeprogramm und um sie können sich dann wieder mal riechen was ja momentan nicht so der fall ist scheiße da war die kiste leer oder halt hier mehr minecraft oder euro truck simulator 2 oder 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 also die spiele die ich halt so gespielt habe so dann werden wir mal zu sehen dass wir irgendwie jetzt erstmal weg kommen ja also das spiel leckt gerade ein bisschen ja also da könnt ihr mal eine kommentare schreiben voraus jetzt tut überhaupt mal hier dafür voll nehmen was ihr halt so ich mir angucken wollt jetzt kriegt hier eins aus dem haul scheiße und trophy an ok passiert aber kev das ist die map wo du dir hier so die oberleitungsmasten abgucken kannst ne hier sind auch windräder die kannst du auch nachbauen kannst dir angucken wie gesagt also lasst mir das einfach auch mal wissen was ihr euch so für spiele so wünschen würdet was ich mehr so zocken soll wie zum beispiel auch ob ihr noch überhaupt folgen sehen wollt von pioneer drive falls das überhaupt den einmal geguckt habt ich hab jetzt ja nicht mehr darauf geachtet ansonsten halt wie sagt oder ob er sagt ihr wollt mehr minecraft sehen oder ihr wollt mehr euro truck sehen oder ihr wollt mal wieder american truck sehen oder um sie landwirtschaftssimulator hätten wir sogar aktuell noch ein multiplayer server aber da wissen wir also der hört mehr oder weniger läuft über kevins namen aber den werden wir wahrscheinlich nicht mehr jetzt verlängern weil eigentlich wir nicht groß momentan zu kommen darauf zu zocken auch aufnehmen sind wir auch noch nicht zu kommen darauf aufzunehmen wollten wir eigentlich auch machen ne kev kev ist wieder mal geistig abwesend grad ne ne ich bin nicht abwesend ich nehme gerade auch auf aber nur zum nachbauen ja was hatte ich noch sonst so eine let's play die hatte warte eigentlich um sie euro truck american truck landwirtschaftssimulator war ja teilweise wobei da auch nicht so viele folgen aktuell waren ja ich habe auch noch ein paar spiele auf lager so ist das nicht oder auch vielleicht sagt auch ihr wollt mal wieder eine runde zugucken wie ich zu fahr oder so also schreibt einfach mal in die kommentare und dann gucke ich mal was ich umsetzen kann ich habe auch vor mal so ein oder andere video hoch zu laden also für die sich für züge interessieren oder so für bahnverkehr könnte das eher interessant sein mal gucken vielleicht finde ich auch noch mal an das wo ich sage das könnte ich mal let's play oder er sagt auch wie live videos machen wenn er da irgendwelche vorschläge habt wo er sagt das wollt ihr euch gerne wollte auch mal dass ich vielleicht da mal was vom video mache oder so für für berlin verrückte könnte ich zum beispiel einfach mal nach berlin rüberfahren und mal da noch ein paar videos machen von berlin oder so ja weil berlin ist ja noch nicht so weit weg von mir wenn er sagt ja ihr wollt mal vielleicht so ein bisschen weiß ich nicht was von berlin sehen keine ahnung wo wieso weshalb warum auch immer kann ja sein oder welche die sagen ja ich würde jetzt ja noch mal wirklich berlin sehen als erinnerung weil da war also berlin wäre kein thema wenn er jetzt mit hamburg münchen oder so die städte kommt wird es für mich schwierig weil ein ende zu fahren ist wobei hamburg könnte auch noch relativ einfach sein weil durch den interregio express jetzt eigentlich auch relativ fix nach darüber so wie weit seid ihr dann seid ihr schon tot peter ja dann würde ich sagen dadurch dass die folge jetzt erst fünf minuten geht könnten wir ja genau eine runde machen wo seid dann das marie käfer bist du ich muss sagen das lief jetzt halbwegs vernünftig gerade von der performance her lach aber auch vielleicht auch an die map dann machen wir nochmal eine runde wach also ihr könnt mir vorstellen dass hier marie sich eher so vielleicht von berlin noch ein paar sachen weil marie ja jetzt erst vor kurzem berlin war tatsächlich sind ob mit ja marie war nämlich über ostern in berlin gewesen also war ja nicht mehr so weit weg von mir ja und zudem fahren wir hier auch mal wenn ich den hier sehe den hier den da genau den da dann hat er nichts mehr zu lachen dann klatschen aber kein beifall nein spaß ja so jetzt habe ich erstmal gerade eigentlich nichts mehr zu erzählen weil wir jetzt wieder warten können bis die runde startet was könnte ich noch erzählen was gibt es noch zu erzählen ja mit um sie um sie ist momentan halt schwierig folgen hochzuladen warum auch immer ja mit was soll ich nach berlin fahren mit einem zog am computer berlin leipzig berlin könnte ich fahren also marie schreibt schon gerade nach berlin was fahren oder real life videos kann ja mal gucken für die leute auch die noch nicht auf dem fernsehturm waren dass ich vielleicht mal mehr irgendwie mal auf dem wochenende oder eine woche wenn ich nochmal nicht gerade feriensaison ist und urlaubssaison einfach nochmal nach berlin fahr zum beispiel zum fernsehturm und ein video von oben vom fernsehturm ausmassen mache über berlin rüber weil nicht jeder der in berlin ist kommt automatisch geht dann automatisch auf dem fernsehturm weil kostet auch ein bisschen Geld und ja wissen wir nicht ob marie auch im fernsehturm war wo sie da war ne war sie nicht ist auf alle fälle sehr entfehlenswert wenn man schon am alex ist fernsehturm definitiv sollte man auch mal rufieren ähm keeef die runde läuft so wo ist marie jetzt äh ja scheiße unser team ist gerade hier total auseinandergerüttelt scheiße schon wieder rufieren naja vorhin hatten wir eine bessere runde gehabt aber ja so seid ihr alle tot wa ja wo warst du denn jetzt grad ich hä ich hab's gar nicht richtig mitbekommen äh ja leute das ist Kev also nicht wundern das ist Kev der steht da manchmal und merkt dann erst viel zu spät dass die runde läuft das ist das ist nochmal ja wir können ja mal hier meine statistik angucken äh was wir hier gerade machen ist ja äh es geht ja also meine platzierung sind überall nicht so wahr weil ich auch nicht so der beste bin ist aber auch nicht so schlimm also ich sag mal so zum spaß haben reicht's ne muss jetzt hier nicht auf meiner liste sonst irgendwo sein so Kev bist du jetzt anwesend dann können wir nämlich nochmal eine runde starten ja naja dann lass das erstmal und dann konzentriert ihr weil wie gesagt ich starte jetzt gleich eine runde ja starte so Marie ist auf alle fälle anwesend naja let's go noch hast du ein bisschen Zeit bis das los hier Kev ja noch so ne kleine Info für alle also hier müssen auch irgendwo unter Schlaflosigkeiten leiden scheinbar dass wir noch so spät hier aufnehmen ja Marie rennt fröhlich wie durch Jigend was haben wir dann hier zur Auswahl äh keine ahnung welche Map hier am besten ist so Rival Games habe ich selber noch nicht so oft gezockt wie soll es mit dir aus Kev oder nicht so oft gezockt wa negativ ich glaube eh zwei mal haben wir das schon mal zusammen gezockt und eh mal haben wir auch schon mal mit Marie zusammen gezockt aber das ist schon wieder länger her ja mit Marie oder mit Lea wartet ne ich glaube mit Marie wartet damals ja ja und immer immer mit Glück und mit Lea gezockt ja Lea ist eh schon im Bett dort die schläft schon deswegen ist sie nicht bei weil sonst ist sie ja mit und da auch schon immer jetzt bei gewesen so ja man muss nur ein bisschen am PC rumspielen mit der Festplatten Ordnung und schon sagt der PC alles klar Festplatte wieder im normalen im normalen grünen Bereich meine Hauptfestplatte war rot und jetzt habe ich ein bisschen gerade alles noch ein bisschen auf die externe drauf geschmissen und jetzt hätte er mir gerade gesagt dass sie da Speicher und verfügbar ist und der PC mag es nämlich nicht wenn man alles auf der Hauptfestplatte knackt das mag der gar nicht das hängt er nämlich an zu meckern an wie gesagt auf jeden ich weiß was ich mache wenn ich meinen Führerschein dann habe dann sehe ich zu dass ich dann mir noch eine Kamera hole die ich einfach in ein Auto hängen kann so eine Dashcam und dann fahr ich nach Hamburg oder so und nimmt das auf ah jetzt leckt das Spiel gerade so Marie ist hier oh 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 jetzt leckt es bei mir gerade übelst also die Map ist scheiße Alter das geht jetzt gerade gar nicht ich häng hier total komm hier ja nicht voran gerade ich glaube das macht ja keinen Sinn hier gerade die Runde zu zocken ähm aber wir probieren es jetzt trotzdem mal wo wirst du nun Kev in dem Haus reingerannt naja los ah jetzt jetzt hat er sich so ein bisschen gefangen gerade den hier? ne hä? warte ich darf ich bin oben aua ja ich bin schon wieder tot aber keine Ahnung da war jetzt auf jeden Fall so ein uller Typ neben mir ja Leute auch sowas gibt es dass man dann immer wieder erfolglos ist und das werde ich auch nicht schönreden das Video lade ich trotzdem hoch auch wenn es jetzt halt immer scheiße gelaufen ist aber so ist es halt man kann nicht immer nur Glück haben und gewinnen ne? auch bei BW vielleicht machen wir auch nochmal jetzt demnächst eine BW Runde vielleicht auch nicht müssen wir mal gucken und da würde ich sagen das war erstmal für die Folge zwar ein bisschen kürzer als sonst aber dafür gibt es auch wieder irgendwelche Folgen die dann auch mal wieder länger sind wie gesagt bloß meine letzte Rundgang Rundflugs Folge über der Map die war ja doch um einiges länger als äh die jetzige Folge und ja ja das reicht wohl erstmal oder? ja ja Kev dann sag mal auf Wiedersehen jo Leute auf Wiedersehen jo dann sag mal bis zur nächsten Folge haut da rein bis dahin ciao und Marie sagt oh tschüss hehehe hehehe